Ich stehe jetzt hier vor der Disco Mausefalle in Zürich. In wenigen Minuten beginnt die Miss Yokohama-Wahl. Herzlich willkommen! Bienvenue! Begrüßen Sie ganz herzlich Ihre Moderatorin Anne Cécile Vogt. Wir sind die erste durchgekommen in RightOnBrawl.tv. Vielen Dank! Ich bin Deborah Doveiro, halb Portugiesin, halb Italienerin, 23 Jahre alt und arbeite in der Autobranche. Meine Hobbys sind Tanzen, Disco Fox mit Papi und Cool Dance. Nehmen wir noch ein Torneiro! Was kann Sie sich freuen? Super tolle Bekanntschaften! Man kann sehr viel erleben und einfach schön im Boden bleiben. Wir suchen natürlich eine sympathische Frau, die an unseren Events und Ausstellungen und so weiter präsent wird. Mit unseren Kunden wird ein wenig reden können. Und ja, mit Deborah haben wir das auch eine gute Kam. Ich hoffe und bin sicher, wir werden auch das auch wieder eine richtige Kandidatin finden. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn sie eine gewisse Optimität zum Antwort zum Gansportag hat. Inzwischen muss sie einfach ein wenig gut aussehen und machen zuverletzige Zähne. Gut rüberkommt es, dass sie, weil sie meistens mit Männern zu haben, dass sie auch baubördig ist, aber nicht zu. Also, dass sie auch ein bisschen erschalkt und im Moment ist es wirklich schön. Also ich schaue einerseits natürlich auf Gesamtausstrahlung auch, ob sie sich jetzt mutig zeigen, um sich hier präsentieren. Weil ich denke, das ist jetzt da ein Club, wo ganz viele Fans sind und Leute sind, die sie beobachten. Aber nachher müssen sie sich ein Jahr lang dieser Beobachtung stellen. Und ich denke, dass sie schon heute mal nicht so schüch sind und sich nicht genieren, um sich zu zeigen. Und das merkt man eben, wie das gerade schön gesagt ist. Im Lachen auch schon natürlich von diesen Frauen. Und dann auch, wie sie sich bewegen. Und natürlich auch, was sie sagen, wenn wir sie etwas fragen. Also sie müssen sicher auch sehr kommunikativ sein und begeistern. Auch für Autos und für das Thema Junkowamo. Ja gut, es gibt einfach mal einen ersten Eindruck. So, wie sie sich jetzt hier vorne bewegen. Und wichtig ist einfach nachher herauszusehen, wer sich am besten auch eignet, um vor den Kameras sich einfach immer gut zu bewegen. Aber ich bin überzeugt, dass wir heute immer wieder einen tollen Shooting machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Musik-Motrizia heißt, Embora Cordeiro! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020